Jo Leute, Willkommen zurück zu Paragon Und ja, wie gesagt, bis Chris und Colaboy wieder da sind, spielen wir Coop gegen KI Ja gut Oh, das geht ja sehr schnell Oh, das ging ja wirklich schnell Komm, der eine Ach gut Oh, ich bin letzter Okay, neun Ey, nein Ey, komm Oh, danke schön Danke, danke, danke Nein Du Bastard Ähm Puh Dann nehme ich ja Faye, ne? Okay Dann nehme ich wohl Faye Ja, danke schön, äh, Bermans Guest Danke schön, dass du mir grauen Stein geklaut hast Vielen Dank Vielen lieben Dank Darum nehmen wir auch jetzt Ähm, ja Faye Mit dem wir überhaupt kein Deck haben Das war dumm Aber ich wollte mal Fank einfach spielen Also, naja Kann ja passieren Ne? Hab vorhin schon gesagt, bitte weh den anderen Helden raus Aber jetzt bekommen wir keinen XP, ne? Also, ihr habt ja Pech gehabt Also, ich kann ja Ja Greystone Mieser Spieler Komm Mieser Spieler So mies Ja Ich, wie der Spieler Richtig Mieser Spieler Ja gut, dann nehme ich mal einen weiblichen Charakter Moment mal Und natürlich muss es auch zwei sein Komm Komm her Ach ja, ich habe ja jetzt nicht mehr Fernkämpfer Und einfach mal hier hin Ähm, ich brauche mal eure Hilfe Okay, mach ich Oh, ich bin fast sogar gestorben Oh Haha Ähm Benachrichtigung Sprich Okay Ja, grauer Stein Willst du mich Nee 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 Greystone geht schon dorthin Benachrichtigung Äh Achtung Auf dem Weg Zur Mitte Ja, weil Greystone Dieser mieser Spieler Mir einfach geklaut hat Und Komm 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 Jetzt bist du dran Komm her Egal Oh, ich bin sogar viel besser Ah, okay Ähm Haha Swycles Jetzt schon Aber na gut Naja Greystone Ein Tod Soll ich mich ja nicht aufleveln lassen Oh, mein Fertig geht gleich aus Oh, verdammt Äh Ich muss gut auf Okay Drücken Okay Ähm Ja, ich Mache wieder mal Aufnahmemarathon Und ich greife Immer noch das an Einfach so Ähm Komm ich da noch an? Nee Okay Gleichmensch Ach so Wer hat mich gerade angegriffen? Ähm Ups Hier Äh Ja, das ist meine Schwester Wieder mal Ähm Ja Ich bräuchte mal deine Hilfe Vielleicht mal Mensch Ist mir Ziemlich auf die Nerven Mana niedrig Und das war knapp Moment Es hat mir nicht Alle sind weggegangen Ja Greystone Immer noch Level 1 Wow Ähm Macht Nee, das hier Moment mal Ähm Das hier Benachrichtigung Achtung Auf dem Weg Nach links Und du Greystone Geh mal Verteidigen Verstanden Jaja Denkst ich bin Unerfahren Aber Kannst du vergessen Okay Calerie ist eigentlich Der erfahrenste So lange Greystone Greystone dein Ernst Ah Ja Okay, komm her Wir schaffen sie gemeinsam Und Ja Alle Okay Ja Ganz sicher Ach ja Ich kann Mich ja nicht Wiederbedeben Oha Was war das denn gerade Ähm Benachrichtigung Sprich Mehr Tut mir leid Ähm Könnt ihr mehr Weggehen Mal gucken Ich will was Überprüfen Ja 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 Okay Und einfach Angreifen Oh Mist Und Leben Und Leben noch Moment Und schon haben wir es Geschafft Ich denke mal Wirklich mal Ein bisschen mehr spielen Mit dir Also mit Fame Ähm Bin gleich zurück Gut Würde ich sagen Alles läuft nach plan Oh abbrechen Ähm Benachtung Auf dem Weg Zur Mitte Also ihr schafft das schon Oder Schätze ich mal Okay Hehe So Moment Oh lol Greystone Zwei Tode Irgendwie peinlich Und ein Assist Ja komm Und den Rest Erledigt glaube ich Meine Fähigkeit Oder auch nicht Einfach weitermachen Okay Was nehme ich Äh Gestripp Alles mal langsam Werte einfach weitermachen Ich bin jetzt mal hier Unterwegs Gute Arbeit Okay Los wir schaffen es jetzt Ähm Dann muss ich mal was einsetzen Achso Okay Das schaffen wir schon Komm Einfach angreifen Und wir schaffen das Okay Mit Fame Bin ich irgendwie besser Komischerweise Also Mittlerer Fahrt Komm mal mit Ähm Ja Ist der Bock Hallo Gute Arbeit Ach Was willst du Unimberhaupt Drei Tode Drei Assist Mensch Du bist einfach Zu schlecht Okay los Benachst Sprich Und okay So Was wollt ihr noch Kommt Geht sterben Okay Äh Ich glaube Mein nächster Kampf Der wird Faye Sein Aber der kann Nicht doch Gut Sein Ich glaube Ich glaube Nichts besser Rechter Fahrt Von allen seiten gepusht Lächeln wir Gucken Okay Moment Hey Wartet auf mich Gefälligst Und mich schafft Die ist doch Nicht Okay Weiter geht's Ach kommt Also was ich meine Naja es wird jetzt ein bisschen glittisch sein Jedenfalls stecke ich mal eine Und einfach weiter angreifen Okay Einfach weiter Kommt Leute Das schaffen wir Ne ne Die greifen wohl Lieber dort an Nette Spieler Okay Greystone eigentlich Aber da gut Moment Ich gehe mal hier durch Wow Dein erster Gut gemacht Leute 14 Minuten Hat sogar gedauert Okay Okay Ich muss was überprüfen Oha Okay Gideon Gideon ist ein guter Spieler Nicht schlecht Nicht schlecht Ja Ich bin der einzige Der keine Tore hat Nice Aber nächstes mal lässt du mich Greystone machen Ja Obwohl ich könnte Jetzt mal alle Ausprobieren Okay Finde ich okay Wie viel XP Oh Ganz schön viel Nice Tut mir leid Leute Ich habe gerade was gegessen Okay Moment 13 Okay Erstmal geht ihr 100%ig Aber Greystone Egal Jeden Cool 13 Stück Okay Profi Gucken wir kurz mal Habe ich überhaupt Ein Skin Ach komm Machen wir die Meisterung Denn erstens Ich habe doch so viel Geld Okay Okay das meine Zweithelden Zweiter Held Moment Seit wann Achso Moment mal Ich hätte doch gerade irgendwas gehabt Hä Hatte ich nicht Na die hatte ich gerade Komischerweise Okay gucken wir uns nochmal an Ja Hä Achso Herausforderer Fee Ah okay Okay Leute Das wird unser Zweitcharakter sein Wir könnten auch Schreibt mir mal in die Kommentare Welchen wir aufleveln Wird sagen wir spiel mal Äh Ich spiel jetzt bei jedem Genug mit Greystone gespielt Und ich glaube ich spiel mal mit Grimax Also Leute Im nächsten Part spielen wir mal Grimax Also seid gespannt Bis zum nächsten Mal Leute Und Tschüss